ja ich nehm schon auf wir sind schon mit dem rauss erst mal erst mal erst mal eure teams aus grundkenntnisse schweizer spät schweizer deutsch wie sagt man die schweizer machen wir noch mal eine schweizer begrüßung das ist er erst abgefangen schschweizer schweizer schreiben dass wir wollen wir haben keine rechtschreibung hier der vokabeltrainer einfach bodenkampf geist und unlicht gedreckt also kampf regt und nicht und nicht regt da ist und nicht ganz gerecht bin ich schön da ich habe gehört dann gefurten was habe ich nie gesagt weil wir dabei haben schönes schönes reichen alter nein geh mal weg die einfach alter dick triff ja broken erdbeben kann ich auch leider nur auf drei eigentlich vier naja egal ja dann ist verloren ja ihr liebt die ja kann man machen ich liebe die ich liebe das ist echt kreativ Zigarette Zigarette hat sich ja du musst jetzt kein schweizerdeutsche durchgehen da ihr sag mal bitte immer eine zweite ist noch mal das sowas von gut wird was was gib mir mal ein ziggi gib mir mal ein ziggi el polio loco Was hab ich denn gesagt? WTF? Kann man mal machen Kaffee einfach seit Anfang an, du lachst Ja, er läuft einfach Komplett Alter nicht K-K-Kollin K-Kollin? K-Kollin? Kann man machen K-Kollin? Scheiße Zurück bin ich kein Japaner Ja, ne? Wer hat den Tee auf mich geschickt? Hm, also ich würde sagen Setz mal bitte Erdbeben ein Also ich meine schon dich Timo, setz mal bitte Erdbeben ein Also ich benutze Fliegen, ja? Okay Fliegen Ja Alter Fliegen So Achso 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 Oh 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 Als ob Zorak irgendwas tanken würde Hallo, lass mal bitte Zorak in Ruhe. Alter, er verschwindet einfach Augenblicklich. Ooooooh, get wrecked. Alter Leute, was soll das? Das war aber einfach so ein Schub mit der Gegenseite. Alter. Get wrecked. Hä? Alter, das ist eindeutig in KP Investiert. Das ist eindeutig in KP Investiert. Ja, kann man auch machen. Hat ja kein Item mehr, nee, nee. Ich laber wieder in KP Investiert. Ach so, ich hab eigentlich nicht in KP Investiert. Ich laber wieder shit. Wir laber wieder fit. Ja, go. Ich laber wieder fit. Hab ich gesagt, ich war aber scheiße. Ja, gut. Das habe ich gesagt. Alter, das sind nicht mal die Boys. Die Boys. Nee, das ist ein Friesen. Das sieht man noch. Ähm. Kamer machen. Alter. Kann man auch machen. So ein Spießen. Macht viel Spaß. Ach so, ich spreche jetzt nicht aus der Brauzen. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Diktrin nicht angreifen würde und du würdest für ein Dings für einen Tiefschlag gehen würde, der mich trotzdem treffen? Keine Ahnung. Alter, das ist ja unmöglich. Ja, wenn du Kaffee oder mich angreifst, steht ja auch als Angriff. Nee, nee. Dann sind wir tot. Nee, nee. Doch. Lüg bitte nicht. Doch. Ist aber so. Lüg bitte nicht. Doch. Doch, doch, doch. Come on. Hm. Wieso heißt dein Dings eigentlich? Tai. 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 Weil, 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 ja, weiß ich nicht. Weil, weil, wie schon so, ja, jetzt kommst du eine ultra gute Erklärung. Ja, weil, weil. Alter. Geragt werden wir. Nicht mein einer KP. Nicht mein einer KP. Ich hätte gerade meinen Sondersensor auf Shiro eingesetzt. Ja, ich wollte kurz, um für den Kampf zu gehen. Muss ich wohl erst mal den hier rausholen. Hm, was? Ja. Hahaha. Hahaha. Ja, gut. Werde den Kampf geschenkt. Alter. Alter. Das war die Mutter, übrigens. Alter. Was? So heißt deine Mutter? Primula? Hahaha. Kann man machen. Kann man machen. Ich glaube hier einfach, man weiß, der griff das kleinste Brot von von allen ist. Das ist einfach deine, die Spezialfahrt. Aladin. Aladin, kann man mal machen. Oh, ein Desporter-Need. Ein Megadesporter. Es heißt The Fred. Nee. Doch. Hallo? Alter, guck dir mal das Rihornio an mit Schwächenschutz. Passt bitte auf. Schwächenschutz hat es. Das ist der einzige Interesse, der dagegen immer verliert. Ja, ich habe noch nie gegen seinen Rihornio gewonnen. Das ist die Sache. Also passt bitte auf. Setz mal bitte Giga-Sauger auf Rihornio ein. Nein, mach's bitte doch nicht. Doch, mach's bitte doch. Hä? Ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Ich weiß nicht, für wen ich gehen soll. So ein Tempo-Heap auf Timo wäre schon verlockend. Nee, nee. Hahaha. Weil Kaffee, Kaffee kann ich nichts ab. Aber wenn jetzt Daniel fürs Erdbeben geht, dann bin ich sowieso... Weiß schon, ne? Ja, deswegen musst du anfangen erstmal auf ihn zu gehen. Also auf Daniel. Ich muss für den Tiefschlag gehen. Ja, aber soll ich auf Daniel gehen? Er hat nur noch ein Pokémon und du hast noch zwei. Und du hast noch drei. Geh mal auf dich. Hahahaha. Hahahaha. Ja. Hahahaha. Setz mal bitte eine Runde aus. Hahahaha. Kann man machen, oder? Ich bin für den Abschlag auf mich selber gegangen. Geil. Geil. Das klickt doch mal kurz. Robin hatte wahrscheinlich nicht mal. Hahahaha. Alter, er so, nee. Hahahaha. 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 H компании él so, nee. Hahahaha. Oh. kann ja weiß schon den den guten alten den guten alten die waren ja penetrieren ja noch mal abschlag auf punkten ja habe ich gehört mal abschlag auf punkten das dürfte eigentlich nicht so effektiv einfach den knirsch und reißte den arsch auf steine ja ja klar vergeben mich wird man ein bisschen knuddeln es ist der fett der fred es ist der fred nehmen nicht den spät bitte den sammeln ich seit wann sammelt wieder frets alter ist euch schon aufgefallen dass der stachel von mega des potter aussieht wie cell als er die ganzen typen ausgesaugt hat doch wie steinhage geht nicht auf das hat er das verloren ich bin so was von am arsch ja so kann man es auch sagen ja man mal wenigstens versuchen die welt wenn wir den kampf mal starten bist du nur für das ja ich habe ja ich habe das überlegt sowieso die zwiebel das bild kann ja wie so eine zwiebel hat es überlebt das war so verlockend ich lasse doch kein die dance tyranita auf dem feld hallo einfach für mich einfach weil ich alles sturm vor sich alter der sandsturm kriegt sich aber als alles stirbt gerade machen ich bin schon draußen aber auch jetzt kaffee jetzt sterben wir wohl auch kaffee warte mal kaffee hat er doch noch ins viele leben oder nicht ich habe sie gerade erlebt sein ich glaube ich habe noch ein aber er hat danach noch ein pokémon es ist der fred habe ich gehört das ist das das erstmal bitte die da drüben fokussend ja hoch konzentration beginnt zu konzentrieren die drei pokémon stehen sie gegenüber wir haben auf der seite von shiro san und dem dieser zockt ein quali zu und ein mega die drei die 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 das macht Ich hab Angst. Alter, jetzt haut einfach saub. Und jetzt kann ich das Pum-Chin doch. Ich denk mir einfach mal so, ich bepflanze euch. Au. Er so, er so. Der Crit hat gemedert wie saub. Er so, lass mal bitte auf Kaffee gehen. Das war so klar, dass ihr nicht auf mich geht, wenn ihr das schon sagt. Oh Mann. Oh Mann ey. Okay, der liebe Kaffee Kohne. Ist auch immer Kohne heiß. Hat verloren. Sure. Alter. Es ist der Freed. Es ist der Freed. Freed. Freed.